So, als weiteres Add-on noch für den Chin Chin Kurs im Bereich des Full Break. Der Full Break kennt ihr, ist die Seite 8 und 1 und 2 und 3 und 4, 5, 6, 7. Das geht dann auch ein bisschen anders noch, sieht dann so aus. Im anderen Modus auch, im anderen Rhythmus. Wir haben hier den Rhythmus hier. Der andere Rhythmus ist 8 und 1 und 3 und 5, 6, 7. Mal, als weiter. 8 und 1 und 3 und 5, 6, 7. 5, 6, 7 und 8 und 1 und 3 und 5, 6, 7. 5, 6, 7 und 8 und 1 und 3 und 5, 6, 7. Ein weiteres Add-on für den Chin Chin als der Satz für den Full Break. Viel Spaß habt!